... ganz groß, also er und sein Bruder natürlich, sein Bruder und er, so rum, zwei ganz große Enduro-Fahrer, EM gefahren, Sixties gefahren, Europameisterschaftstitel eingefahren, immer auf kleinen Maschinen unterwegs gewesen, Herr Bernhard Trinkmann, und was hast du hier uns für eine Maschine diesmal mitgebracht? 80er, komm, was sag ich. Und du hast mir erzählt, was ist das für eine Maschine, das ist ja was Offizielles von dir gewesen. Nee, von der Firma Erkhausgas. Ja, aber die hast du doch bewegt. Hey, was für eine Veranstaltung? Die ganze Saison war verdammt, nein. 1988, mit dieser 80er gefahren, sowas muss man erst mal finden, das gibt's überhaupt nicht mehr, solche Fahrzeuge. Der hat's gefunden in seinem Keller. Jeden Tag dran vorbeigelaufen, da muss man wieder mal putzen, da fahr ich mal mit. Jetzt haben wir die nächste Amazone hier, auch schon bei mir gestartet, in Suhl, mit der 100...